Leute, bin ich der Einzige, der es auch endlich mal wieder schön findet, dass Bitcoin sich wieder nach Chart-Pattern und technischer Analyse verhält und nicht einfach nur noch wirklich komplett die gleichen Bewegungen wie der Aktienmarkt macht? Mich freut das auf jeden Fall, denn jetzt ist wieder ein Zeitpunkt, wo man richtig, richtig schöne Profite machen kann und vor allen Dingen ist jetzt ein Zeitpunkt, wo man zu relativ niedrigen Bitcoin-Kursen sein Krypto-Portfolio noch erweitern kann. Einfach dafür sorgen kann, dass man vor dem nächsten Bullrun nochmal ordentlich an Bitcoins auflädt und genau darum geht es auch heute so ein bisschen im Video. Wie werde ich jetzt die nächsten Tage so ein bisschen herangehen? Wie ich auch gestern in meiner Telegram-Gruppe gesagt habe, werde ich euch natürlich trotzdem sagen, wie ich denke, dass es mit dem Bitcoin-Kurs auch in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen wird. Und natürlich werde ich euch auch eine kurzfristige Prognose geben, was wird mit dem Bitcoin in den nächsten paar Stunden, das heißt um genau zu sein, in den nächsten 24 Stunden bis zu meinem nächsten YouTube-Video passieren. Falls ihr by the way noch nicht in meiner Telegram-Gruppe drin seid, kommt da auf jeden Fall mal rein, da kommt jetzt auch wieder aktiver Content, das heißt falls ihr noch nicht in meiner Telegram-Gruppe drin seid, kommt da auf jeden Fall mal rein. Da poste ich ab und zu mal wieder kleinere Videos zwischendurch, kleine Updates, ich poste auch immer mal wieder Trades, die ich mache und so weiter und so fort. Alles komplett kostenlos, über 5000 Leute sind sogar mittlerweile drin, fast 5500 Leute sind hier mittlerweile in der Gruppe und alle Posts, die ich hier reinsende, werden immer von über 5000 Leuten gesehen. Das heißt, kommt da auf jeden Fall mal rein, es ist einfach zusätzlicher Content zu meinen Videos, Link dazu ist wie immer natürlich ganz oben hier in der Videobeschreibung, Telegram-Bitcoin-TL-Gruppe, da könnt ihr einfach draufklicken oder in der Kommentarsektion findet ihr die Telegram-Gruppe auch. Ich will aber gar nicht so großartig drum herumreden, wie ihr wisst, das 50 Dollar Bitcoin-Gipway, was ich in jedem Video mache, losen wir wieder am Ende dieses Videos auf. Das heißt, falls ihr hier bei diesem Video beim 50 Dollar Bitcoin-Gipway mitmachen wollt, abonniert einfach mal diesen Kanal, aktiviert mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr von meinen Videos mehr verpasst. Und schreibt mir natürlich mal einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video und eure Bitcoin-Adresse in die Kommentare, dann könnt ihr auch schon gewinnen. Und mich würde es natürlich freuen, wenn wir mal wieder die 500 Daumen nach oben schaffen, bei meinem letzten Video haben wir es leider nicht ganz gepackt. Na ja, schauen wir uns jetzt als allererstes mal ein bisschen den Bitcoin-Kurs an. Ihr wisst ja ganz genau, dass ich bereits vor ein paar Tagen gesagt habe, dass Bitcoin sich wieder wunderbar hier in diesem Falling Wedge befindet und auch diesen Falling Wedge wirklich die untere Support-Linie und auch die obere Widerstandslinie wunderbar respektiert. Bitcoin bounced jetzt hier wirklich seit mehreren Tagen, um genau zu sein, sogar schon bereits seit zwei Wochen jetzt mittlerweile fast. Seit zwei Wochen bounced Bitcoin hier jetzt wirklich mittlerweile wieder in diesem Falling Wedge hin und her. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, denn wie ihr wisst, ein Falling Wedge ist auf jeden Fall ein bullisches Chart-Pattern. Und wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt, ich habe vor ein paar Monaten mal gesagt, dass es tatsächlich nicht allzu unwahrscheinlich ist, dass wir für eine sehr lange Zeit noch, also bis zum Ende hier in diesem Falling Wedge bleiben. Natürlich wurde dann doch alles sehr, sehr bullisch um Bitcoin. Wir hatten natürlich hier das Breakout, wie man hier sehen kann, wir haben auch das Breakout bestätigt gehabt, sind hier wirklich aus diesem Falling Wedge ausgebrochen, haben hier das Breakout bestätigt gehabt, sind gepumpt. Und naja, dann wisst ihr, was passiert ist, das Coronavirus ist gekommen und da hat natürlich dann keine technische Analyse, keine Chart-Analyse und nichts mehr geholfen. Da hat auch nicht geholfen, dass die Miner zwischenzeitlich mehr bezahlt haben, um einen Bitcoin zu meinen, als ein Bitcoin wert war und so weiter und so fort. Das hat dann alles nicht mehr gezählt. Dann gab es einfach diesen enorm starken Crash hier an der Stelle, von dem wir uns aber auch schon wieder relativ gut erholt haben. Und jetzt mittlerweile verhält sich Bitcoin wieder nach diesen ganzen Chart-Pattern, wo man natürlich dann auch sehr, sehr schön handeln, aktiv handeln kann, traden kann, sogar mit Hebel handeln kann. Aber darum soll es jetzt auch nicht direkt so gehen. Ich denke mal, ihr wisst sowieso, ich denke mal, ihr handelt eh alle aktiv Bitcoin mit 30% eures Portfolios oder sowas, so wie ich das auch mache. Aber darum soll es jetzt heute nicht direkt gehen, da habe ich ja schon Videos auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, sondern wir wollen uns jetzt natürlich mit der zukünftigen Kursentwicklung von Bitcoin beschäftigen, auf die nächsten Stunden, die nächsten Tagen und die nächsten Wochen. Ich denke mal, es ist nicht allzu unwahrscheinlich, dass wir es jetzt noch nicht schaffen. Also ich sehe die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass wir es jetzt noch nicht schaffen, aus diesem Falling Wedge nach oben anzubrechen. Wir werden hier immer noch sehr, sehr stark von diesem Widerstand nach unten hin rejected und schaffen es eben einfach nicht, hier oben über oder aus diesem Falling Wedge auszubrechen. Ich denke, das Ganze ist auch noch ein bisschen zu früh, denn der generelle Aktienmarkt und so weiter und so fort hat sich jetzt auch noch nicht allzu erstaunlich erholt. Und man muss halt einfach sagen, es herrscht noch eine sehr, sehr starke Ungewissheit im Markt. Das heißt, ich glaube, es ist zu früh zu sagen, hey, die Bullen haben jetzt schon wieder genügend Power und genügend Confidence. Also die sind, sage ich jetzt mal wieder, bullisch genug, ganz blöd gesagt, um hier aus diesem Falling Wedge auszubrechen. Das heißt, in den nächsten Tagen werde ich vor allen Dingen hier oben Short gehen und hier unten Long gehen. Also relativ simpel, diesen Falling Wedge spielen, immer mit einem Stop Loss kurz unter oder über dem Falling Wedge, um eben, wenn ein Breakout passiert, meine Position nur mit einem wenig oder mit einem kleinen Betrag an Minus schließen zu können. Solche Pattern kann man eigentlich bei Bitcoin wirklich sehr, sehr schön, sage ich jetzt mal, traden. Man muss halt immer warten, man muss ein bisschen geduldig sein, wenn man sowas tradet oder auch sowas handelt. Einfach aus dem Grund, man darf halt einfach nicht denken, okay, wir gehen jetzt hier irgendwie in die Nähe und oh, jetzt pumpen wir, dann gehe ich mal schnell Long, das wäre ein Fehler. Klar, hier wäre dann ein großer Pump gekommen, aber hätte man einfach ein bisschen gewartet, hätte man hier unten wunderbar Long gehen können oder auch hier. Also man muss immer so ein Momentchen warten, man sollte nicht zu früh handeln, denn das ist meistens das, wo man sich verbrennt. Wenn man eine Chance verpasst hat beim Handeln, dann hat man sie verpasst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihr euch auf jeden Fall merken müsst. Wenn ihr eine Sache verpasst habt, dann habt ihr sie erstmal verpasst. Dann wartet ihr aufs nächste Setup, bevor ihr einfach Long geht oder Short geht. Außer ihr kauft natürlich Bitcoin, dann ist das Ganze nochmal was anderes. Wenn man ohne Hebel einfach Bitcoin kauft, so wie ich das ja auch jetzt mittlerweile vor vier Jahren gemacht habe, aber natürlich dazwischen auch mein Portfolio natürlich durch den aktiven Handel vermehrt habe. Also da kommen wir dann natürlich bei irgendeinem Mittelwert raus, bei welchem Preis ich Bitcoin gekauft habe. Dann ist es natürlich egal, wenn man die Bitcoin einfach nur in der Wallet hält. Dann kann man natürlich auch, wenn hier so ein Pump kommt, dann nochmal nachkaufen. In Anführungszeichen ein bisschen in den Markt reinfoben, damit der Zug halt nicht komplett abgefahren ist. Aber wie gesagt, wie geht es jetzt mit Bitcoin weiter? Ich habe es euch ja eben schon gesagt. Ich denke, wir werden uns hier noch einen Moment in diesem Falling Wedge drin, sage ich jetzt mal, traden. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir bis Ende dieses Monats Richtung Hafening dann natürlich auch. Also im Mai ist ja das Hafening, gegen 13. Mai ist ja das Hafening. Das heißt, das liegt jetzt wirklich fast, ja, einfach nur noch sechs Wochen, nicht mal mehr, sechs Wochen von uns entfernt. Fünf Wochen eher nur noch von uns entfernt. Und ich denke, so ums Hafening herum werden wir dann relativ früh das Breakout sehen, ja, dass wir hier gegen Mai das Breakout haben aus dem Falling Wedge und dann kurz nach dem Hafening anfangen, die neue Rallye zu starten. Ja, das wäre jetzt mal so ein bisschen meine Prognose. Das heißt, können, denke ich mal, von einem Movement so in der Art. Sowas in der Art könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir sehen. Wie gesagt, ich sehe die Wahrscheinlichkeit jetzt noch sehr gering, dass wir es jetzt schon schaffen, aus dem Falling Wedge auszubrechen. Das halte ich eher für sehr unwahrscheinlich. Das Einzige, was halt nicht passieren darf, ist, dass wir hier nach unten ausbrechen. Da würde ich euch aber auch direkt ein Update in der Telegram-Gruppe liefern. Das heißt, was halten wir jetzt im Auge? Wir halten immer im Auge, wenn der Kurs hier unten oder oben ist und gehen dann eben long oder eben short, je nachdem, ob wir unten oder oben sind und haben unseren Stop Loss immer ganz knapp unter dem oder über dem Falling Wedge. Ich bin hier, by the way, für die Leute, die sich dafür interessieren, auf dem Daily Chart, falls ihr das ganze Daily Coinbase Chart, falls ihr das ganze bei euch auch einzeichnen wollt, diesen großen Falling Wedge. Ansonsten, was können wir dann die nächsten Wochen erwarten? Ist jetzt gerade noch ein guter Preis, um Bitcoin zu kaufen? Vielleicht nochmal so eine allgemeine Sache. Die Frage habe ich in den letzten Tagen auch immer mal wieder bekommen. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall, ja. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich habe ja ein Video hochgeladen, bei welchen Preisen werde ich Bitcoin kaufen. Und da habe ich euch ja ganz klar gesagt, dass ich 25% bei 5.500 Dollar nachlegen werde. Ich meine, mit dem, wo ich da nachgekauft habe, sehr, sehr schön nachgekauft. Man ist jetzt bereits schon wieder 20% im Profit auf das Geld, was man da einfach nur in Bitcoin investiert hat. Wenn man einfach nur Bitcoin gekauft hat mit normalem Geld. Ja, das war ja mein Video, wo ich euch gesagt habe, ich werde jetzt direkt Bitcoin kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn das Video? Kann ich mal ganz kurz schauen. Das war das Video, Bitcoin jetzt kaufen bei 5.500 Dollar, kaufen oder warten. Ich glaube, das war das Video, ah ne, hier, das war das Video. Ich kaufe weitere Bitcoin zu diesem Preis. Ja, das war dieses Video. Ich kaufe weitere Bitcoin zu diesem Preis. Vor zwei Wochen habe ich das hochgeladen. Da haben wir wunderbar, haben viele von euch wahrscheinlich bei 5.500 Dollar nochmal ordentlich nachgelegt. Und dann habe ich jetzt hier auch nochmal nachgelegt. Das heißt, ich habe wirklich 50% von dem Geld, was ich nochmal in Bitcoin investieren wollte, wie im Video gesagt, jetzt ungefähr bei 5.800 Dollar durch den durchschnittlichen Kurs investiert. Was sich bis jetzt auf jeden Fall gelohnt hat. Über 10% sind wir da seitdem schon wieder gestiegen. Und man muss wirklich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, mein HODL-Portfolio an der Stelle nochmal zu erweitern. Sollte ich nochmal in naher Zukunft entscheiden, weitere Bitcoin direkt mit Fiat-Geld zu kaufen, werde ich euch natürlich darüber informieren. Aber ihr wisst es selber, ich handele halt mit 30% meines HODL-Portfolios aktiv. Allein dadurch vermehre ich mein Portfolio. Ich habe auch Einnahmen in Bitcoin, die ich nicht in Fiat-Geld verdiene, zum Beispiel Affiliate-Einnahmen und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss nicht unbedingt mit Fiat-Geld Bitcoin kaufen. Mein Krypto-Portfolio vermehrt sich die ganze Zeit. Also ohne, dass ich da jetzt irgendwie noch großartig Fiat-Geld reinmachen muss. Eben durch Affiliate und auch natürlich durch den aktiven Handel. Ansonsten, falls ihr euch, by the way, für dieses ganze Training-Thema interessiert, wie ihr davon profitieren könnt, dass Bitcoin hoch und runter die ganze Zeit geht und wie ihr so euer Portfolio ein bisschen vergrößern könnt, dann kann ich euch nur sagen, geht hier unter dem Video mal in die Videobeschreibung oder schaut mal in der Kommentarsektion vorbei. Da habe ich euch nämlich Femex verlinkt. Femex ist die Plattform, die ich benutze momentan, um aktiv mit Hebel oder Bitcoin zu handeln. Femex hat zum Beispiel auch Gold, also hier könnt ihr auch einfach ohne Verifikation, könnt ihr Bitcoin einzahlen, könnt zum Beispiel auch Gold-USD handeln. Wenn ihr zum Beispiel mit Gold bis zu einem Hunderterhebel handeln wollt und so eine Sachen. Das heißt, da kommen auch noch S&P 500, Forex, Commodities, die ganzen Metalle. Es kommt alles hier auch noch auf Femex hinzu. Das heißt, es wird wirklich ein allgemeiner Broker zum aktiven Aktienhandel, zum Bitcoin-Handel. Alles mit sehr, sehr hohem Hebel möglich und alles ohne Verifikation mit direkten Instant-Ein- und Auszahlungen mit Bitcoin. Sehr, sehr cool. Das heißt, holt euch da auf jeden Fall mal ein Konto einfach, falls ihr vielleicht auch in Zukunft Aktien und sowas handeln wollt. Aber ganz, ganz wichtig Leute, holt euch als allererstes mal, vor allen Dingen, wenn ihr noch nie gehandelt habt, holt euch auf jeden Fall die 112 Dollar bei Femex ab, die ihr mit meinem Affiliate-Link bekommt. Der Affiliate-Link ist ganz oben in der Videobeschreibung oder auch in der Kommentarsektion verlinkt. Damit unterstützt ihr mich natürlich ein bisschen. Ich werde an den Trading-Gebühren beanteiligt, die ihr bei Femex so oder so zahlt. Aber ich habe euch eben einen Bonus organisiert und zwar 112 Dollar, die ihr nur mit meinem Affiliate-Link bekommt. Das heißt, die könnt ihr euch einfach abholen, könnt einfach mal eine Position eröffnen mit 112 Dollar. Wenn ihr Gewinne macht, könnt ihr die einfach in Bitcoin auszahlen. Wenn ihr halt verliert, habt ihr nicht euer eigenes Geld verloren und habt schon mal ein bisschen Gefühl für die Plattform bekommen. Das heißt, die 112 Dollar solltet ihr euch auf jeden Fall abholen. Wie ihr diese 112 Dollar bekommt, erfahrt ihr, by the way, auch hier in diesem YouTube-Video. Da gebe ich euch auch noch ein paar andere Tipps und Tricks. Wie gesagt, schaut euch einfach das YouTube-Video hier an. So bekommst du 112 Dollar bei Femex und registriert euch mit meinem Affiliate-Link. Wie gesagt, beides in der Videobeschreibung und auch in der Kommentarsektion. Dann solltet ihr eigentlich ready to go sein, um auch die ein oder anderen Preisvorhersagen aus meiner Telegram-Gruppe oder auch in meinen Videos nutzen zu können, um vielleicht an einzelnen Tagen, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt, am 13. März habe ich hier zum Beispiel einen Trade gemacht gehabt, den ich hier in einem Video in der Telegram-Gruppe angekündigt habe. Und nicht mehr als 32 Minuten später kann man hier sehen, dass sogar meine Position dann mit 519% im Profit war. Und das bedeutet, dass die insgesamt mit 21.000 Dollar im Profit war, nach gerade mal einer halben Stunde mit einem Trade, den ich sogar live in einem Telegram-Video geöffnet habe. Und dieses Video hättet ihr auch alle kostenlos sehen können. Das heißt, kommt in die Telegram-Gruppe und schaut euch, wie gesagt, auf jeden Fall das YouTube-Video an, wie ihr die 112 Dollar kostenlos bekommt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder oder in der Telegram-Gruppe. Bis dann, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Ciao, ciao.